Das Tragen der traditionellen muslimischen Gewänder Abaya und Camis ist in französischen Schulen ab sofort verboten. Die Regierung bezieht sich dabei auf die Trennung von Kirche und Staat. Laut Bildungsministerium weigerten sich am ersten Schultag 67 Personen, die Gewänder abzulegen und wurden nach Hause geschickt. Das Bildungsministerium setzt eigene Angabe nach auf erklärt, In Frankreich leben rund 4 Millionen Muslime. Die Vereinigung ADM, die sich für die Rechte von Muslimen einsetzt, hat gegen das Verbot Beschwerde beim Rat des Staates eingelegt.